Erst zusammenschneiden, äh, zusammenkleben und dann auseinanderschneiden, was? Kann ich uns kurz angucken? Du warst weg? Mh, bist du noch? Ich kann nicht mehr gucken. Boah, Luft, Alter, ist das geil. Luft ist doch geil. Benni, bist du noch bei uns in der Nähe? Ich bin bei dir im Haus. Ähm, guck mal, eigentlich hätte ich das ja in Stockwerk höher bauen müssen, wa? Weiß ich nicht. Es wird dunkel. Nee, weißt du was? Wo wären wir? Ein Baumhaus. Eine Schiffsform. Ja, ich weiß. Aber die hätte ich dann eigentlich in Stockwerk höher bauen müssen, ne? Wenn ich oben noch eins bauen soll, wollte. Dann hätte ich hier oben aufsetzen müssen. Das hast du doch einfach so. Schiffsbaumhaus? Ein Schiff, dass dein Baum hängt, oder was? Ein Special Baumhaus. Na, ich lasse das so. Komm, Krüger, kommst du nur zu mir. Kommt bestimmt noch was. Okay. Hm, schön. Moin die nach draußen, oder was? Achso. Leute, habt ihr mich zugehört, gerade? Was denn? Nö, okay. Ob deine Mutter noch draußen ist? Ey, nein! Jetzt läuft er wieder rückwärts. Voll vom Baum aus geflogen. Ja, ich dachte ich hätte gemutet. Oh, Alter! Ist das eine Luft? Mach mal die Türen auf, durchzug hier. Oh, ist das ein Traum. Chris, wo bleibst du? Ja, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du musst jetzt Lava setzen. Ich muss jetzt erstmal schwarze Schafe suchen. Nee, scheißegal, deine schwarzen Schafe. Chris, mach ich das doch schnell. Ey, das ist nur ein Lava-Block setzen. Ich bin schon bei den Stellen. Ich weiß noch nicht, in welchem Gehege die waren da. Ich habe keine schwarzen Schafe. Haben wir keine schwarzen Schafe? Ja, schön, wa? Ich bin Endermen. Ich bin Endermen. Cool, Alter, was kommt heute an? Noch mehr Blätter, 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 Nur solange du das machst, rein Okay, cool, dann geht Sonst näherst du die ganze Zeit nur damit rum Mh Mh Alter, was war das? Was war das? Du bist doch rückwärts gelaufen Nein, gar nix, Alter Auf einmal hört ihr so Okay Ich hab gar keine schwarzen Schafe, ne? Ich muss mich mal kurz, ähm Ich mach's gleich wieder weg Was hast du für Scheiße gebaut? Mal ganz kurz einmal, ähm, Game-Modus, weil ich im tiefen Loch war Ähm, wer ist hier gestorben durch'n Creeper beim Schweinestall? Ich nicht, ich bin bei mir immer gestorben durch'n Creeper Ich auch nicht Irgendjemand ist da gestorben? Ich nicht Dadurch ist das Haus kaputt gegangen Hier rennt auch noch ein Wolf durch die Gegend Ich bin bei mir Benni, wie kannst du denn in den GM-Modus gehen? Da ich ganz kurz OP-Gerechte gekriegt hab, nur um die Lava zu setzen Also Chris ist nett zu mir gewesen Weil ich ihn sonst so lange weiter genervt hätte Wer macht hier denn alles kaputt, Bölscher? Und keine Schweine mehr drin Nein, Creeper kommt hoch, Alter, scheiße, Creeper kommt Meine provisorische Decke mit hoch Wo sind denn die ganzen Schafe aus dem Schafstall? Die Weißen Da ist nur so'n dämlicher Wolf drin und fertig Nein, hier sind wir zu flippen, Monster Heul auch, Benni Das war jetzt Chris Das war jetzt Chris Ja Ich weiß, was ich das war Okay Das ist schön Ey, diese scheiß Rankennerven ab und zu mal Aber irgendwas stimmt hier echt nicht Alles kaputt und so Wo ist mich? Wo ist mich? Ich bin grad runtergesprungen Ach, ja, was ist das? Ich will mir mal dein Baumhaus angucken Ja, ist doch nicht viel Ne, ist doch nicht schlimm Ich guck mir auch gerne nichts an Oder etwas Hey, da bist du ja Das ist dein Haus? Auf jeden Fall Wo ist denn, ist denn oben? Ja, also, da hinten Direkt bei dir in der Nähe Achso, du pflückst nur ein bisschen für Und ich lauf erstmal so meilenweit weg Oh, runtergefallen, warte mal Siehst du schon mein Schiff? Siehst du mein Schiff? Mann, 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 Mann Ja Schon echt komisch, ne? Nur, es hätte, glaube ich, besser gepasst, wenn ich das oben hingebaut wäre Aber das wäre zu hoch gewesen, glaube ich Und dann so unten als Bug Oder wie man das nennt Hm, Rumpf Oder Kajüte, wie auch immer Rumpf Kennt ihr euch Hamburger ja aus? Bug ist hinten Und Heck ist vorne Naja, Bug ist vorne Heck ist hinten Scheiße Das Heck ist hinten Nein, ich hab mich verbaut Du 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 So, ich hab die schnellen GM wieder geholt Weil, irgendwann Stimmt doch nicht, dass mir damit die ganzen Schafe auch weg sind Oder hat irgendjemand Ne Schafe eigentlich nicht gekühlt Ach, soo Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus Jetzt brauche ich erstmal ne Tür Tür war auch blecker Bleck Zack, 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 zack Nein, dann passt der nicht Doch, 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 passt schon Nein, nein, doch Nein, doch Ja Nein Ja Nein Ja, jetzt So Baue ich mal ein Obergeschoss Und dann hat er noch ein drittes Geschoss Und dann hat er noch ein drittes Geschoss Und dann hat er noch ein drittes Geschoss Wisst ihr wann wir ungefähr angefangen haben? Ich glaube viertel nach Ja Ja Dann machen wir mal bis 10 Viertel Stunde noch Hm Chris, am Ende der Aufnahme entziehen wir bitte wieder die OP-Rechte Nicht, dass das Mach ich ja Ja, und nächste Woche brauche ich sie aber wieder Wegen Lava setzen, oder du hast es hingekriegt Pfff Und wenn ich das bis dahin gemacht hab Da ist ein Loch drin Ah, das tut geil Ich will mein erstes Haus im Baum sitzen und schon bauen wir alle auch wieder einen Baum Ja, du hast ja nichts gesagt und dann kam ich auf die Idee Aber es ist nicht so schlimm Ich war der erste Baum, Mensch, sorry Mhm Du hast ja nur gesagt, du baust ihn ja heute Nee, ist doch nicht schlimm Nee, aber wir wollten eins auch erst in der Nähe von eurem bauen Aber da hab ich so gedacht, äh, nee Scheiße, wenn sie alle auf einem Fleck stehen Naja Steht jetzt trotzdem mehr etwas Ja, jetzt wieder ja Ah, ist nicht schlimm, ich verzeihe euch Okay? Mhm Nein, jetzt hab ich meinen Weg nach unten zugebaut Nein Aha Doch nicht Doch, da ist er Ähm Fuck Muss ich da wieder aufmachen Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-u-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu EUHUHU 교 Erstmal mit der Heuzung gehen. Okay. So, und da bin ich auch wieder. In den letzten Minuten hat sich mein Kopf beendet. Ich muss die Aufnahme wieder neu starten. Hm. Wie lange haben wir denn jetzt noch? Eine Viertelstunde oder so, ne? Ja. Noch nicht mehr ganz, ne? Dann siehst du, es ist noch genau eine Folge dann. Du brauchst keinen Schnitt setzen. Mache ich trotzdem. Erst zusammenschneiden, äh, zusammenkleben und dann auseinanderschneiden, was? Ne, nur zusammensetzen. Dann richtig schneiden. Dann richtig schneiden. Baue ich aber ein bisschen versetzt als Chris Eingang. Weil da genau der Baumschwamm dazwischen ist. Wolle. Eine Wolle. Michi, du hast ja soweit die Skins gebaut gehabt, ne? Ja, noch nicht ganz. Was? Beim, musst du noch mal ändern? Ja, und von Frame habe ich aber noch gar nicht bekommen, also noch nicht gefragt. Nach den Bildern. Und ich glaube noch einen. Me. Ah, ja okay. Ne, weil ich wollte dich denn noch mal fragen, ob du nicht noch was ändern kannst bei mir. Ja, natürlich. Na, ne, ich dachte, du wärst schon fertig. Und jetzt hat sich nichts verändert. Aha, du machst das dann. Von daher. Ja, ja. Gesundheit. Äh, Gesundheit. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, waren sie alle unterschiedlich dick. Echt? Ja. Unterschiedlich groß, ja. Und dick. Jetzt bemängelt doch bitte nicht alle. Habe ich ihnen aber schon mal erzählt gehabt. Ne, von nur Hälften. Klicke mal hier ein paar Tintenfische. Du Tintenfischmörder. Ich brauche die Tintensäcke. Die Tintensäcke? Dann schneid sie von dir auf deinen Sack. Ja, ist klar. Du packst eine Tinte rein, dann hast du auch einen Tinten rein. Du musst mir auch einen Tinten rein.